Miros Edge. Nächste Folge. Wir müssen die Steuerschips abliefern und setze mit X Übergangsangriff ein, um dich durch deine Gegner hindurch zu bewegen, ohne langsamer zu werden. Bleib konzentriert, bis du das Ziel erreicht hast. Wenn du stehen bleibst oder zu viele Fehler machst, wirst du es nicht schaffen. Okay, das ist auch nicht schlecht. Wow, der KZ-Bastard wird morgen mächtig Schmerzen haben. Hi. Aua. So, und jetzt nur mal... Aha, das war schlecht. Ciao. Du bist im Flow. Mach weiter so. Ja, ich bin... Ich spüre den Flow richtig. Du hast es fast geschafft. Weiter so. Okay, ich bin da. Ich hoffe, nur die Sache ist den ganzen Ärger wert. Das ist sie. Glaub mir. Du hast heute vielen Menschen geholfen, Faith. Ich melde mich wieder. Was haben wir hier? Ich stehe drauf, das Konglomerat mit seinen eigenen Waffen zu bekämpfen. Und die Werbedisplays sind dafür perfekt geeignet. Indem du ein Werbedisplay hackst, schickst du den Arbeitern eine klare Botschaft. Und wenn das, was wir ihnen zeigen, auch nur einem von ihnen die Augen öffnet, haben wir schon viel gewonnen. Aktueller Lieferauftrag, verfügbar. Okay. So. Faith, wenn du mit was auch immer du da gemacht hast fertig bist, solltest du Burton in Besuch. Er wartet auf dich. Jo. Ich bitte Sie dringend, diese Lieferung nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Der Bestimmungsort wurde hochgeladen. Bestahlung erfolgt nach bestätigter Zustellung. Oh Gott. Hey, Faith. Ich brauche deine Hilfe. Wir konnten gerade mit Mühe und Not einen Kruger-Shack-Angriff auf den Beat abwehren. Dabei sind jede Menge Daten über die ganze Stadt verstreut worden. Und sie gangen jetzt durch den Grid. Satz bitte jegliche Leaks an, die du findest. Besetz die Daten dann wieder zusammen. Gott, schaffe ich nicht, oder? Oh. Oh Gott. Auf Null. Erhalt der Lieferung bestätigt. Der Geldtranspärm wurde abgeschlossen. Vielen Dank. Oh. Was ist das? Ein Hackbordes Werbedisplay. Klingt cool. Sehen wir uns an. Ich mag Hackbordes Werbedisplays. Äh. Lasset uns hacken. Ah, das zeigt jetzt mein... Mein Skinner kann ich denn den irgendwo ändern? Ähm. Okay, keine Ahnung. Weiter. Dann sprechen wir heute jetzt mal mit dem Birdman. Das war blöd, das war blöd, das war blöd. Scheiße. 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 Ah, wie fällt dir in die Jugendhof kommen, wie fährst du im Comic? Ich bin jetzt mal hier hinten. Ich hab ciabrik. Ich hab hier ein paar Mal gesehen. Ich hab hier ein paar Mal gesehen. Ich hab hier ein paar Mal gesehen. Aber Weiß ist wohl hier am hervorstechendsten, oder? Was habe ich jetzt hier? Good League. Okay. So der Birdman, das war der schlaube Schlumpf, den wir damals am Anfang getroffen haben, richtig? Und dann können wir das alles endlich hinter uns lassen. Und bitte was jetzt? Ach, da hoch. Noa hat dich zu Birdman geschickt, einer der ersten Runner in der Stadt und einen alten Freund. Ah, ist nicht der, okay. Ich habe vermutlich ein paar Aufkommen für dich, die du meistern musst, um deinen König Beweis zu steuern. Hey, ganz ruhig. Lass meine Tür hin, Frieden. Geduld war noch nie deine Stärke, Faith. Ach, du machst ein Nickerchen. Was machen doch alte Leute so? Pass auf, was du sagst, Faith. Ich schätze, mehr als zwei friedliche Jahre sind wohl nicht drin. Ja, ich habe dich ja auch vermisst. Noa will, dass ich dich teste. Ich habe ihm gesagt, das kann er vergessen. Aber ich habe einen Dash für dich. Der dürfte als Test genügen. Okay, klingt gut. Du hattest dein Futter, Calliope. Ich verschwinde. Ratten der Lüfte. Nie geben sie Ruhe. Aber sie sind nützlich. Geduld war noch nie deine Stärke. Stimmt. Deshalb verstehe ich dich auch. Und jetzt ab mit dir. Zeig den anderen Runnern, dass du auch nützlich bist. Schön, dass du zurück bist. Ich will jetzt wissen, wo man den Comic bekommt. Und ich nehme an, Bartman will, dass du einen Dash bestreitest. Und ich kann mir auch vorstellen, welchen. Ich bin im Frühjahr so oft gelaufen, dass ich ihn mit verbundenen Augen geschafft habe. Und noch was, Faith. Die Markise Route ist nicht immer die Beste. Es kommt allein darauf an, dass du das Ziel in der schnellstmöglichen Zeit erreichst. Welchen Weg du dabei nimmst, ist egal. Okay. Okay, das ist schon wohl nicht gut. Oh, Scheiße. Wir haben nicht aufgepasst. Oh. Ah, ich hätte schon hier hochgekommen, wahrscheinlich. Na, immerhin zwei Sterne. Damit bin ich auf Plotz Fünf. Okay. So, haben wir es geklaut, du sagst. Ich laufe jetzt einfach weiter. Ich meine, ähm... Das Spiel sagt mir bestimmt, wo ich ihn muss. Das wird schon richtig sein. Wahrscheinlich muss ich wieder zu ihm. Darf mir doch, da war gerade was. Wie zum Henker komme ich da hin? Du brauchst ja, du brauchst ja, du brauchst ja, ja. Keine Ahnung, wo ich hier hochgekommen bin. Ah. Und wieder ein Chip gefunden. Und wieder ein Chip gefunden. Was, wo man sammeln kann. Und dann kriegt man irgendwas, was eigentlich... Ich will das doch gar nicht. Also ist das nur rein wirklich was für Sammler? Oder... ...bringt mir das dann wirklich irgendeinen extremen Vorteil? Ich hab' ein Dokument gefunden. Weil, ähm... Lieferauftrag ist leer. Weil ich bin eigentlich nicht... ...der Sammler. Wir haben einen Lieferauftrag, oder was? Was ist das? Ach! Ja. Das ist ja etwas, was ich gerade gemocht hab. Nee. Ob wir halten. Run it in! Ich hab' einen Job für dich! Nicht jetzt. Geht's erstmal schnell hier weiter. Langsam klappt's ganz gut mit der Steuerung, wenn ich so die erste Folge nochmal angucke. Aua. Aua. Bis zum Ende gestallt hatte. Die Herausforderung hier waren, ob der Frederick und Martin Coe, jeweils ähnlichen Probe. Läuft hier? Etwas, was ich jetzt... Mitarbeiter von Glass. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um Sie darüber in Kenntnis zu setzen, was die Zukunft für unsere wundervolle Stadt bereitet. Wie Sie sicherlich wissen, wird die Einführung von Reflection fortbücken und ich kann nun versprechen, dass die revolutionäre Technologie unser aller Leben verändern wird. Obwohl ich derzeit noch keine Einzelheiten preisgeben kann, versichere ich Ihnen, dass Reflection eine neue Ära der persönlichen Sicherheit, Gesundheit und Grid-Interaktion einleiten wird. Als CEO von Kruger-Sec liegt die innere Sicherheit ganz Cascadia's in meinem Leben. Ach, wie geil so. Hier dieser Bildschirm. Auf diesem riesen Glas. ...eine zwar kleine, aber dennoch bedeutende Rolle gespielt hat. Melden Sie sich noch heute zur Reflection an, um bei seiner Einführung garantiert daran teilhaben zu können. Ich bin Gabriel Kruger. Vielen Dank. Jetzt zeige ich dir, wer hier der Boss ist. Boom. Bist du dir da ganz sicher? Nein. Okay, okay. Oh, haha, haha, ja. Nein! Oh, haha, wieso? Wieso? Du bist eine Niete. Störe ich euch bei irgendwas? Nein, ich hab schon gewonnen. Stammt, Mannes. Das Spiel ist doch komplett unlogisch. Du lernst es noch. Faith hat mich ständig geschlagen. Ganz genau. Du hast also einen Run für mich? Richtig. An? An! Elysium Labs. Ein Datendiebstahl. Sehr gut bezahlt. Ein Einbruch bei Elysium? Ist sie dafür bereit? Lass das mal meine Sorge sein. Du gehst mit ihr. Ich kann gut auf mich selbst aufpassen, Noah. Hm, wie letztes Mal. Du gehst allein herein, aber Icarus hält Wache. Hör zu. Die Daten dort sind extrem gut gesichert. Ihr könnt euch also keine Fehler leisten, verstanden? Was krieg ich fürs Babysitten? Genau ein Drittel. Mhm. Mhm. Oder? Ich geb den Ranaisha und Callum. Also? Schon gut. Wir sehen uns dort, Faith. Mhm. Oh. Und verlauf dich nicht. Glück, Mom. Los. Oder soll er vor dir da sein? Wir treffen uns beim Absprungpunkt in der Nähe des Labors, Faith. Das ist ein unsympathischer Kotzbrock, man. Runnerin. Ich hab'n Job für dich. Da bist du ja. Nur damit du's weißt. Ja, und du hast immer den selben Text, nur damit du's weißt. Run. Boah, viele Aufträge für Faith Boyer. Das ist der größeren Gebäude. Du müsstest an der Seite ihr Logo sehen. Ich bin schon so gut wie da. Mal sehen, ob du mich noch einholen kannst. Nur um es nochmal zu wiederholen, Faith. Du musst in die Agrarabteilung von Elysium. Dort setzt du an einem Terminal die Shotgun ein und siehst anschließend zu, dass du da rauskommst. Nur dich damit beauftragt bei Elysium Labs. Warten wir mal später. Irgendwer hat doch grad hier rüber gesagt. Okay, warte. Boah, wie knapp. Liesium Labs 1 brechen, Daten über ein neues Enzym zu stehen. Icarus wird außerhalb des Gebäudes die Augen offen halten, um siehezustellen, dass alles wie geplant verläuft. Du hast eine Shotgun bei dir. Ein einmalig verwendbares Hacking-Tool, das lediglich an der richtigen Konsole angebracht werden muss. Den Rest erledigt dann die integrierte Software. Dies ist deine erste richtige Mission, für die du außerdem gut bezahlt werden dürftest. Sie ist ein kleiner Schritt auf dem Weg, deine Schulden bei Dogen zu begleichen. Das ist heute offenbar dein Glückstag. Wieso? Ich hab ein offenes Fenster gefunden. Da kommst du rein. Das kommt mir komisch vor. Ist ihre Security echt so nachlässig? Wer weiß. Willst du abbrechen? Mir wär sowieso wohler, wenn ich selbst reinginge. Was soll das denn bedeuten? Dass du einen Ruf hast. Aber nur zu. Das sehen wir ja gleich. Hol uns das Geld. Mach dich nicht, der Doofer. Faith, ich hab von dem offenen Fenster gehört. Vielleicht hat es nur der Putztrupp vergessen. Aber das glaub ich nicht. Sei vorsichtig. Das ist nicht gerade ihre Spezialität, oder? Vorsichtig zu sein. Mach du einfach deinen Job und lass Faith ihren erledigen. Bin schon dabei. Ich hab dir ein Seil zu dem Fenster gespannt, Faith. Damit kommst du rüber. Äh. Okay. Ich bin drin. Gut. Kann sein, dass da ein paar Mitarbeiter sind, die eine Nachtschicht einliegen. Und halt die Augen nach Krugers Heck offen. Da geht doch bestimmt jetzt was schief. Da unten geht irgendetwas vor sich. Eine Wagenkolonne nähert sich. Begleitet von jeder Menge Enforcern. Was? Dieser Run gefällt mir immer weniger. Keine Sorge, Noah. Sobald er erledigt ist, wird er dir gleich viel besser gefallen. Ja. Das hoffe ich. Die Agrarabteilung befindet sich in den obersten Stockwerken. Der schnellste Weg darauf sind die Aufzüge. Ich finde einen Aufzug. Okay. Das ist der Kühlschrank oder sowas. Aufzug. Was ist das hier? Aufzug. Ah. Ah. Okay. Oh. Okay. Ahem. Was kluge ist hier? Na super. Oder als blinder Passagier nach oben fahren. Okay. Böse Wochen. Ich habe die Anfrage vor drei Tagen geschickt, Mr. Kroger. Die Sache wird geregelt. Sagt noch was? Um ehrlich zu sein, ja. Ich bin in unseren Projektdateien gestern zufällig auf ein Unterzeichnis gestoßen, in dem etwas namens Kingdom erwähnt wird. Die Dokumente werfen eine der beunruhigende ethische Fragen auf. Was den Kindern vor sich geht, ist nicht ihre Angelegenheit, Mr. Kroger. Mir wurde vor der Kontrolle gestoßen. Und so wie ich es hier, hängen sie doch wieder auf die Kroge hier. Ich bin dann noch eine Antwort. Mögen Sie ihren Job? Falls ja, reiht es Ihnen dringend, ist die Angelegenheit, Mr. Kroger. Ich habe nicht genau verstanden, was die jetzt da gewesen sind. Ich habe einen Blick in die Agrarabteilung gefunden. Und ich glaube, Gabriel Kroger ist hier. Lieb bitte, wir sollten den Run abblasen. Nein, ich bringe das hier zu Ende. Na schön, ich kann dich ja sowieso nicht aufhalten. Icarus, gib uns Bescheid, falls sich draußen was tut. Faith, dein nächstes Ziel sind die Büro. Was war da? Und wir haben einen Upgrade-Punkt. Yeah. Ich frage mich, was Gabriel Kroger mit der Motelfamilie und Elysium zu schaffen hat. Je weniger wir darüber wissen, desto besser. Wissen ist Macht, Noah. Ja, für manche. Scheiß, Klauschen. Was genau sind das nochmal für Daten, die wir hier stehlen? Oh, tut mir leid. Die Faith hier stiehlt, während ich ihren Babysitter spiele? Es geht um ein neues Enzym. Irgendein Nahrungsergänzungsmittel. Reposer ist ganz scharf drauf. Ich bin jetzt im Büro-Bereich. Gut. Kling dich in irgendein Terminal in Arbeitsraum 4H ein. Den Rest erledigt die Shotgun. 4H. Was haben wir hier? Ich dokumentiere unsere Reise wie ein Tagebuch. Für Alain, wenn sie älter ist. Es geht ihr schon viel besser. Ja, aber sie ist immer noch schwach. Sie wird sich an ihrer Reise nicht anzubewerben. Die Vorräte sind fast komplett. Feuerwehr sucht noch ein Fahrzeug. Wir brauchen etwas Zuverlässiges. Das stimmt. Aber ich fürchte, das wird nicht ganz einfach. Vielleicht hilft uns Black November. Mit denen hätte ich gerne möglichst wenig zu tun. Wir haben die Waffen. Das ist mehr als genug. Ich seh mal nach Havane. Gib mir Bescheid, wenn wir alles haben. Mach ich. Okay. Das war's aber auch schon wieder mit dieser Folge. Weiter geht's beim nächsten Mal. Bis dann. Das war's aber auch schon. Bis zum nächsten Mal.